Das ist das Wichtigste und wir freuen uns, dass wir dazu in der Lage sind. Bevor ihr geht, machen wir noch einen kurzen Deutschtest, weil ich nämlich gehört habe, dass du in Deutschland geboren wurdest. Ich würde sagen, Deutschtest, bestanden. Ich wusste, dass dich genau das interessiert. Du willst mich doch nur wegen meines Körpers.